Einmarsch in vier Wänden mit Wurschburne. Ja, wir müssen mal noch überlegen, hier die Ecke, die würde ich auf keinen Fall so lassen. Das ist mein Sonnendeck, ich lege mich hier hin und sonne mich. Und was wir vor allen Dingen machen müssen, ist, aber ja, gut, ich will jetzt eh noch, ich baue hier mal noch ein bisschen was um, das gefällt mir noch nie so ganz hier. Nur, ich könnte ja auch mal was essen, ne? Ich glaube, ich muss mal aus dem Bier rausgehen wieder rein, ich kann keine Kisten mehr aufheben. Okay, ja. Das stimmt was nicht. Warte, ich pausier mal kurz die Aufnahme, ich bin gleich wieder. So, Aufnahme läuft wieder. Ja, jetzt geht's. Ich habe es gerade mal ausprobiert, ich kann jetzt wieder Kisten aufnehmen. Yay! Nichtsdestotrotz, muss ich was essen. Und da muss ich jetzt mal in den Wels beißen. Nimm, nimm. Nimm, nimm. Habt ihr, er schnuppst den Wels halt in das rein. Fressen aus Sack. Hä? Ja, das ist so, hell, das ist so lang. Sieht nur so aus, okay. Oh, guck mal, wir haben eine Insel aufgesammelt. Oh, ja. Könnte ich das sammeln? Gut, vielen Dank. Rezept, Gemüsesuppe. Nice. Diese Frischheit. Unglaublich. So. Äh, die schräge Wand so lassen oder nicht? Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ich würde es aber doch gerade machen. Ja. Hallo. Cool, das ist prinzipiell ganz cool, aber gerade sieht es besser aus. Okay. Ähm. So. Achso, jetzt wollte ich noch, ähm, wollen ja, das ist mir gerade, so viel Mentalhammer gerade nicht. Ähm. Hier. Schrott, okay. Was du? Was du hier? Was Papa mal you pani por�. Jude. Oh hier. Jude. emptier�� zal birden. Das wäre aber ganz cool. Noch eine. Das ist ganz cool. Das ist cool. So. Ähm. Feuersbrunst. Oh, ich brauche Paprikos. Ich brauche mal was zu essen. Hä, hä. Ich habe da vor allen Dingen Feuersbrunst. Hier würde ich den Lagerraum machen. Hier unten. Ja. Und da dran vielleicht eine Treppe. Jetzt laufen wir dagegen. Jetzt. Ich brauche mal was. Ich brauche. Ja. Ich brauche. Ich brauche mal nur zu essen. Was ist denn gehen? Ach, ist das bescheuert. Soll ich mich denn hinstellen hier? Das ist jetzt so, jetzt sieht man es gut. Alles klar. No! Ah, aber er hat nicht das Netz abgebissen. Ich glaube, der geht da wirklich nicht dran. Wenn das vergittert ist. Vereist ist. Wie, was, wo er vergittert? Na, mit den Eisengittern drumrum. Ach so. Geht der Heim nicht dran. Das ist wirklich gut. Gut. Ähm. Was ist denn hier? Geht noch nicht. Okay, alles klar. So. Wenn das jetzt geht. Ohne Insel wollen wir hier halt machen. Können wir machen. Okay, er wirft die Angel irgendwo hin. Aber ich weiß nicht, ob die auch dieses durch die Planten werfen kann. Mal ausprobieren. Ja, geht auch. Geht auch durch das Holz durch. Aber kriegst du ja auch ein Fisch raus? Bis jetzt ja. Ah, okay. So. So, ich brauche wieder einen küstlichen Hai. Meine Flossen sind kaputt. Nein. See Tang. Oh ja. See Tang. Ich brauche See Tang. So. Einen holen wir noch. Au. Ja, das war zu spät. Mein Fehler. Sorry Hai. Vor allen Dingen sorry Hai. Das war ebenfalls zu spät. Ich habe Hunger. Das ist eine Idee, oder mal? So, auch in der Essensdroh ist noch ein bisschen was drin. Oh, ja. Ich sehe gerade. Danke. Ach, lustig. Ist das cool. Warte mal. Du wirst gleich was sehen. Das ist cool. Vielleicht werde ich etwas sehen. Guck mal. Hallo. Das ist cool. Das wusste ich aber auch noch nicht, dass das geht. Geh mal rein und guck mal nach links. Ein kleiner Wandgrill. Ah, cool. Du kannst diesen kleinen Einzelgrill auch an der Wand hängen. Das ist nice. Und da habe ich den gleich mal recycelt und dann habe ich den hier hin, damit wir hier auch noch eine Grillfläche haben. Cool. Also ich habe den jetzt mal dorthin gehangen. In Dortmund. Das passt auch. Ja. Boah. So. Ich entdeck mich gleich drauf. Ach so. Ich entdeck mich gleich drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Obwohl es noch ein bisschen schlecht ist, den ich ja verplantieren kann. Ah, das war nicht. Okay. Dann haben wir hier mal noch... ...das... 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 ...überdruck... ...das... 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 ...dass... ...dass... Vielen Dank. Oh Gott. Hm. Oh Gott, da muss es halt so gehen. Noch mehr Schwert. Ich finde kein Metall, das ist irgendwie... Die Entwickler wieder. Aber es wird doch langsam, jetzt kommen wir echt gut voran. Naja, doch doch doch. Es hat sich schon was getan. Nee, proben. Ich weiß halt nicht, aber noch so viel Kupfer braucht und so viel Sand. Ich nehme es trotzdem mal mit. Messie. Oh, der Haken ist kaputt. Nein. Oh, ich bin da fast einmal rum. Gut. Ah, der abendröte Rautenkranz schlägt zu. Mhm. Kann ich den jetzt... Alles klar. Ah, ja, sehr gut mit diesen Abstellbrettern. Das wäre auch eine übelst schöne Idee. Hm? Diese Abstellbretter. Wo? Achso. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und ich habe mir gedacht, hier in der Essenskiste in den Schworen, dass da Planken drin ist. Aber ich dachte mal ein paar Planken, kann man da mal rein tun. Stimmt. Ja. Das ist gut. Oh, guck mal, wie schön das aussieht mit dem Mond da hinten. Oh, der Mond. So über der Insel ist es echt schön. Hm, das muss eigentlich nicht hier drin sein. So, ein bisschen gelübschi herstellen. Ein bisschen flutzi. Warte mal, was braucht man dann jetzt noch am Tisch hier? Oh, das ist Pool. Okay. Pool. Oh, ich kann sogar schon meine Dinger herstellen. Oh nein, meine Sauerstoffflasche ist leer. Also ist kaputt. Nee. Ah, Plasche? Ein bisschen gelübschi, ist klar. Dumm, 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 dumm. Ah, ha, 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 ha. So. Mhm. Okay. Okay. Eine Flasche, bitte. Ah, das ist gut. So. Ich brauch auch noch ein bisschen Klipschi. Oh, wir haben keinen Klipschi mehr. Ich stell grad welchen her. Oh, ich brauch noch einen besseren Haken. Ohlala. A little better hook. Oh, ich muss gerade mal her. So, bin ich wieder da. Oh, Problem ist nur, dass wir gar keine Planks mehr haben. Das kann doch nicht sein. Warum sind wir denn mal out of Planks? Das geht doch gar nicht. Mist. Ich hab gerade im Moment, da hab ich keinen Haken mehr. Na gut, dann muss ich mal weiterfahren. Warst du schon auf der Insel drauf? Sieht so aus. Gut, dann mach ich den Anker hoch. Ja. Gut, dann mach ich den Anker hoch. Ah, doch, 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 doch. Warte. Drei und zehn mache ich noch. Ah. Okay, wir drehen uns jetzt ganz schön. Das war gar nicht. Das war gar nicht. War nicht mehr in den besten Winkel. Was kann denn da das Zeug? Das ist krass. Zwei Klipski bräuchte ich tatsächlich noch. Ich bereite uns mal so langsam was vor zum Empfangen. Okay. Quasi. Hä? Das ist ja Klipski weg. Hast du den zwei Klipski genommen? Ja, ja, ja. Firma dankt. Moment, das habe ich doch nicht gerade irgendwo gesehen. Okay, ich brauche acht Planken. Ha. Na, sind auch doch Planks, wie gesagt. Ja, ne, hier sind sechs Planken drin. Oh, ich brauche zwei Stück. Hm, hm. Aber wir fahren ja wieder gerade, ne? Mhm. Ja, da kommen ja gleich wieder welche. Haha, da kommen schon welche. Planke kommt zu mir. Das schon hier hast du dir schon genommen, ne? Ja. That's what I mean. So. Hi. Hi hat's gefressen. Okay, ich habe jetzt so einen Empfangstisch und drei Antennen. Drei gleich, wow, cool. Also wir sind theoretisch voll ausgerüstet jetzt. Soll ich das oben drauf basteln? Oder unten. Na, das soll ja auch ein bisschen schön aussehen, ne? Deswegen kann es nicht unten stehen, aber da oben wollte ich erst mal Pflanzen hinsetzen. Aber wo wohnen wir denn dann? Ja, das weiß ich noch nicht. Sonst hätte ich den Tisch erstmal hier an der Seite geklatscht, hier an der Seite von den Treppenaufgang. Quasi hierhin. Hm. Und die Antennen? Das weiß ich nicht. Irgendwo hier unten wird. Ich weiß es halt nicht. Ich stelle das mal kurz hin. Das war nur für die Optik. So. John, die Antennen. Oh shit. Was wollte ich mir vorhin bauen? Das war für den Klipschi und den habe ich jetzt nicht mehr. Weil ich dir alles gegeben habe. Ich habe ihn hergegeben. Für dich. Hm. Das wird ja leider nicht funktionieren, weil... Uh. Ich sollte was trinken. Jetzt möchte ich aber mal noch eine Palme pflanzen. Okay, dann fang ich bloß noch längs. Dann kriege ich damit zusammen. Los. Ähm. Oh, ich bin ja schon voll. Hübs. Hübs. Rübe mein Einknallen hier. Batterie brauchen wir ja auch noch, was sind die denn? Oh, die können wir uns herstellen. Ich brauche noch ein bisschen Kunststoff und dann... Give me the plastic. Ja, unser erster Baum ist gepflanzt, endlich! Nee, ist krass. Okay, was wir jetzt schon im Überfluss haben, sind Palmenwedel. Wedel dir einen von der Palme! Ich kenne mal den Spruch aus. Na! Danke. Ich will die jetzt wegnehmen, ne? Okay. Ja, ist leer. Schönen, wertvolle, ganzen wertvolle Sachen eingetan. Ja. Ähm. Lups. Zack. So, wenn du das jetzt schon baust, dann werde ich mal ein Segel bauen. Guck, wie es überhaupt schon geht, ja. Okay, hat sich schon geklärt. Der Anfangsding erfordert mehr Höhe. Oh. Das heißt, wir können den schon gar nicht unten bauen. Tja. Ja. Er muss also nach oben. Und dann bin ich nicht mal hoch. Oh, hat's jetzt die... Ne, ich hab die Batterie ins Inventar gekriegt. Oh. Ich hab gedacht, die Batterie... Ja, ist in der Hand. Ach stimmt, du hast recht. Ja, warte mal. Bevor du hier irgendwas hinbaust, warte mal. Schönen, also warte mal. Liegen. Ich schätze, ich brauche das auch. Weißt du, wenn wir jetzt hier auf die Etage noch eine Etage draufbauen und da dann einen Tisch hinbauen. Weißt du? Oh, guck mal. Eine Insel. Ah! Ich spring aufs Dach. Ja. Und? Ich weiß nicht, was das Spezial ist. Ne. Füße, Material. Was hier jetzt noch eine Etage drauf? Ja. Hm. Aber ich kann es auch machen. Ja, ja. Ist dann im Endeffekt wieder unzufrieden. Ja. 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 Hätte ich anders gebaut. Nack, nack. Genau. Nuff, nuff. Nuff, nuff, nuff. Nack, nack. Nack, nack. Ja. Jedes Teil. So eine Eisenfahrt und so ein Tramm machen. Obwohl, wir müssen nicht zur Insel, ne? Eigentlich. Nicht zwangsweise. Die ist auch zu weit weg. Oh, ich muss essen. Okay, ich muss mal ganz kurz AFK gehen. Was? Das ist schlecht. Ich frage, ob ich jetzt Pause, die Aufnahme pausiere? Oder ob du mich hinstellst und... Wie lang ist denn die Aufnahme schon? Ja. 30 Minuten. Dann würde ich sagen, mach mal dadurch, dass die letzten Folgen zu lang waren. Ja. Okay, gut. Dann danke für uns zu schauen. Bis gleich. Tschau. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.